Hi, ich bin's wieder. Dass ich drei Jahre in der Lebenshilfe war, bis ihr Jahr. Nochmal zum Thema Psychologen mit Treuer. Sie haben immer gerne geredet, sich anzupassen, an Regeln zu halten, sich der Gesellschaft anzupassen und einen geordneten Tagesablauf zu haben. So eine Rede, so eine Quatsche erlebe ich auf täglichen Versen. Ob das bei den Schulermittlern ist, ob das bei der Supermanie ist, ob das bei Teenager außer Kontrolle sind. Diese Psychologen labern für mich so ein Scheiß, so ein Mist. Jetzt pass mal auf, ihr Psychologen und Betreuer. Ich gehe ins Bett und stehe auf, wann ich es für richtig halte. Ich trinke was und wie viel ich will, wie ich es für richtig halte. Mit meinem Geld mache ich, was ich für richtig halte und wie ich es für richtig halte. Und ob ich nach Hannover zum Eisessen fahre oder ins Vierjahresseiten zum Kaffeetrinken fahre, Das geht euch Psycholeuten ein Scheißdreck an. Ich passe mich nicht euren Regeln an. Ich passe mich nicht der Gesellschaft an. Ich bin ich. Und sowieso, dieses Gequatsche, oh jetzt Psychoniveau. Also die meisten Psycholeute, die meisten Betreuer, waren sowieso in meinen Augen einfach nur dumm. Und dieses Niveau, auf dem sich Betreuer und Psychologen benehmen, Das ist nicht mein Niveau. Und da passe ich mich nicht an. Wenn ich mich einen Tag an eure Gesellschaft angepasst habe, Und an euren Regeln angepasst habe, Dann will ich nicht mehr leben. Dann schmeiße ich mich vom Zug oder so. Ich lasse mich nicht von solchen Experten, von solchen Sozialpädagogen oder so, Irgendeinen Scheiße erzählen, wie ich mein Leben zu gestalten habe. In meinem Leben entscheide ich. Und kein Besserwisser von Sozialpädagoge oder Psychotherapeut oder Betreuer. Das soll man sich mal ein vor allemal merken. Und auf euren Regeln, auf euren Anpassen, auf eure Gesellschaft. Wie scheiße ich drauf.